Robert Gilbert hielt seinem Freund die Grabrede. Musik, Melodie, das war sein Leben. Und die Menschen, die er geliebt hat, sie waren zärtlich mit einbezogen in diesen Grundakkord seines Wesens. Ich weiß über den Tod nichts Tröstliches zu sagen, aber seltsam zumut war mir, als ich am Morgen nach dem Weggehen meines Freundes Werner Richard Heimann von der Straße her eine Geige hörte. Ich erkannte nach ein paar Takten die Melodie. Der Straßenmusikant spielte das Lied, das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder. Wie simpel und zufällig der Vorgang auch an sich gewesen sein mag, es durchschauert mich, so als wäre ich wieder etwas Unsagbarem begegnet. War es ein Gruß? War es mehr als das? Ich weiß es nicht. Und vielleicht liegt letzten Endes unser Trost in dem, was wir nicht wissen, nie wissen können. Musik 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 Musik